Moin moin meine Lieben, ich habe gute Nachrichten für uns alle. Einmal an meine Kunden, also an alle, die jetzt in der nächsten Woche noch einen Termin bei mir haben. Wir dürfen wieder 3G. Das bedeutet, geimpft, getestet, genesen. Bringt mir also einfach einen Nachweis mit, bringt einen Test mit oder bringt ein Testergebnis mit. Wir können die Tests auch hier machen, aber am liebsten ist es mir, ihr habt euch in der Apotheke oder es gibt ganz viele Teststationen, ihr habt euch dort testen lassen und wir sind sicher. Wir können wieder tätowieren. Das bedeutet, ihr dürft einfach wieder ganz normal zu mir kommen. Was ich noch eben loswerden wollte, also ich arbeite jetzt noch eine Woche, arbeite noch diese Woche. Danach müsst ihr leider 2 Wochen auf mich verzichten. Also ganz genau bis zum 4.1., 5.1. Am 5.1. bin ich ganz normal wieder da. Bis dahin habe ich Urlaub. Werde auch nicht zu erreichen sein. Das heißt, ich werde es auf der Internetseite auch nochmal schreiben, auch bei Facebook, Instagram nochmal reinschreiben. Mein Urlaub beginnt offiziell am 20. und endet am 4. Januar abends. Wenn was ganz Dringendes ist, schreibt mir eine Mail. Ich beantworte sie, wenn ich wieder zu Hause bin, weil wahrscheinlich werden wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend cruisen. Wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, ich habe da eine kleine Idee. Und zwar gibt es auch bei mir Gutscheine. Den Wert bestimmt ihr selber, wann die einzulösen sind. Also ihr könnt auch gleich einen Termin mit dazu machen, das ist völlig egal. Wann die einzulösen sind, entscheiden wir dann zusammen, machen einen Termin. Aber falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, ist das vielleicht eine gute Idee. Möglicherweise. Genau. Ja, das war es auch schon wieder von mir. Ich werde jetzt den Rest meines freien Tages noch genießen und dann in meine letzte Arbeitswoche in diesem Jahr starten. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Bleibt gesund. Kopf hoch. Geht weiter, wie ihr merkt. Ja, und wir sehen uns.